Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Far Cry Primal. Vielen Dank fürs Einschalten, bewertet den Part und jetzt viel Spaß. So, heute ist der Tag der Tage. Es ist zwar noch Nacht, aber das soll uns mal jetzt gerade nicht interessieren. Wir lassen uns nicht von unserem Weg abbringen und zwar zu dem Schamanen Tensei. Also das ist natürlich ein bisschen spaßiger als Radfahren hier mit diesem Scooter. Da gehen wir jetzt nämlich ohne Umschweife hin. Ich werde kurz noch hier gucken, was haben wir hier so? Da ist nur das Lager, okay. Dann nehmen wir all unseren Mut zusammen und gehen da hoch. Was ist das für ein Ding? Da das. Was ist das? Hallo? Ach, das ist eine Ziege. Ach man, jetzt schmiert das von unten. Ich gebe dir gleich eine Kopfnuss. Nicht erkannt. Er ist nicht mehr weit entfernt. Hier ist eigentlich offiziell Lautkarte der Weg. Abkürzen kann ich nicht. Da kann ich... Muss ich so irgendwie lang? Ne. Da komme ich ja gar nicht hoch. Das geht doch nicht. Wie schreit einer rum? Da liegt was Totes? Weg! 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 Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Die hat mich, glaube ich, noch nicht ersehen, oder? Ich muss mal schön drauf zurennen. Komm her! Komm her! Stopp! Stopp! Ja, heilen. Schnell, schnell. So, jetzt gleich nicht. Boah, nenne. Es reicht langsam. Nein, doch. Falscher Knopf, wie immer. Wo ist das Biest? Gehst du? Ah, jetzt guckst du doof, ne? Ich hab schon wieder den Wald im Brand gesteckt. Ich bin doch nur zum Schamanen, Mann. So, jetzt aber. Wie schon gesagt, ohne Umschweife gehen wir erst mal da hoch. Okay. Wie soll ich hier schon? Hallo! Hallo. Ich sehe ein Licht. Da hinten laufen Wölfe rum. Aber warum leuchtet es denn da hinten? Der Schamane läuft ja nicht weg, ne? Ich gehe erst mal da drüben gucken, was da so Sache ist. Hier geht auch weg. Ach so. Einer von diesen komischen Kleinsteinen ist das. Ja, dann schnell wieder zurück. Fähigkeiten. Ja, da müsste ich endlich mal gucken. Ich hab, glaube ich, schon ein paar mehr. Vier Stück. Überlebensfähigkeit, Sammelfähigkeiten. Was haben wir denn hier? Gelände auf Deckung. Enthüllt plus 80 Schritt. Das Gelände ist um dich herum im Kartenmenü. Pflanzen werden auf deiner Minikarte angezeigt. Ja, erst mal das hier, glaube ich. Erst mal mehr Gesundheit. Was haben wir hier? Primitive Heilung 1. Okay. Weil wir haben ja drei Dinger, ne? Und wir brauchen bis jetzt immer nur eins. Ja, machen wir einfach mal alle. So. Und auch. Ja. Guck mal. Gut. Was alles noch dazu kommt. Schamane. Schamane, Schamane, Schamane. Wo bist du? Das ist ja auch gar nicht unheimlich, ne? Kann ich hin? Da. Oh, oh, Mist. Oh. Oh. Oh, Schamane, das wollte ich nicht. Nein. Ich wollte das wirklich nicht. Ich habe sein Haus abgefackelt. Naja. Hallo? Hallo? Schamane? Hallo? Der tanzt da komisch rum. Mann, Junge. Ey, sag mal, was ist denn los mit dir? Oh, oh. 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 Ich bin wirklich nicht im Dorf. Definitiv nein. Nee. Und der macht es auch noch. Oh Gott, das klingt doch wie jung. Der hätte das nicht trinken sollen. Weil sie mir einen Adar platzen können. Checkpoint. Lebe ich noch? Vision der Bestien. Okay. Oh, das sieht cool aus. Oh, wie schön. Binde den Wegweiser. Ja, okay. Hallo. Kann ich anfassen? Nee. Die Bestien küssten mich nicht. Nö. Die sehen mich wahrscheinlich gar nicht. Den will ich. Hallo. Dich will ich, dich will ich, dich will ich. Hi. Komm, komm, du gehst mir. Komm. Oh, er will mich nicht. Computer sagt nein. Das soll ich nehmen? Einen Vogel? Wenn ich einen Hirsch haben kann? Ja, das liegt an uns natürlich. Ich und Vögel haben keine besonders gute Beziehung in diesem Spiel. Oh. Folge den Wegweiser. Ach so, ich kann lenken. Okay. Uh. Wow. Da rein? Oh. Oh Gott. Ja. Cool gemacht. Nur die Steuerung ist gerade ein bisschen mies. Ja gut, toll. Jetzt falle ich wieder. Und nun? Wo ist er hin? Hallo? Okay. Okay. Guck mal, wie hübsch der Hirsch aussieht. Und ich muss einen Vogel kriegen, ey. Bleib hier, du blödes Vieh. Es gibt dem die gleiche Kopfnuss. Mach's nur Ärger. Mit dir tauchenweise Federn. Kann doch nicht gesund sein. Bambi. Oh. 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 Und jetzt sterbe ich. Nee, doch. Okay. Hä? Das habe ich jetzt aber nicht gedrückt. Weiß. Happy Birthday! Dachse, hallo. Du bist ja schnuppig. Da sind diese Hunde. Hölfe. Willen. Tiger. Das sieht voll cool aus. Hinten haben wir auch den Silbelzahn. Oh, da kann ich gar nicht hin. Da sind Jaguare. Ach, da kommt er ja. Hi! Oh, ein Immize-Katze. Und ein Bär. Hallo. Ja, und der Vogel. Toll. Ich bin gerade nicht so begeistert von diesem Vogel. Toll. Blöde Vieh haut noch weiter. Eine Eule. Vision der Bestien abgeschlossen. Ja. Was anderes konnte ich auch nicht machen. Der hat mich gezwungen. Musik 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 Musik